Die Vanguard Alpha und Beta wurde angekündigt, es gibt neue Bilder und einen neuen Multiplayer-Teaser-Trailer, das schauen wir uns heute alles an. Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Im Hintergrund läuft gerade der Trailer zum Champion of the Hill-Modus. Das ist der Modus, der auch verfügbar sein wird während der Alpha. Und das ist der Multiplayer-Sneakpeak, der angekündigt wurde, ohne dass jetzt wirklich komplett reines Gameplay läuft. Es gibt ein paar First-Person-Ansichten, aber es gibt jetzt kein reines Gameplay mit HUD und so weiter. Was ein bisschen schade ist, ich glaube, da müssen wir eigentlich noch drauf warten oder eben auf die Alpha, bis wir uns dann wirklich irgendwie einen Eindruck machen können, wie der Multiplayer wird. Trotzdem kann man dem Trailer auf jeden Fall einiges entnehmen und wir schauen auch mal ein bisschen auf das First-Person-Gameplay. Das ist ganz am Anfang so, dass einer mit einer MP40 irgendwie unterwegs ist und auf der linken Seite wird, glaube ich, gerade ein Finisher-Move durchgeführt. Das heißt, die sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Ist auch eine ganz nette Funktion, da habe ich jetzt nicht unbedingt was dagegen. Dann sieht man noch jemanden, der irgendwie, ja, durch ein Fenster schießt oder durch ein abgesperrtes Fenster und da sieht man auf jeden Fall so die Zerstörung, die mit dabei sein wird. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Es wird auf jeden Fall eben die Möglichkeit geben, ja, irgendwie Wände einzuschießen und Fenster einzuschießen. Aber jetzt nicht alle Wände und alle Fenster, sondern eben an speziellen Positionen, wo es dann eben möglich ist. Und Call of Duty beschreibt es auch irgendwie selber als Möglichkeit, um Camper zu bekämpfen. Das wäre natürlich schön, wenn das wirklich eine Funktion ist, die gegen Camper funktioniert und nicht irgendwie dafür da ist oder dazu einlädt, dass die Leute mehr campen. In einer Szene sieht man dann ein bisschen Gameplay mit der STG 44. Die Lichteffekte ausgelöst von dem Auto sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schick. Und man sieht auch, wie die Rotpunktvisiere aussehen werden, die wir bekommen in Vanguard, die ja eigentlich nicht benutzt wurden für die ganzen Schlachten und so weiter. Aber Vanguard, ja, erzählt ja eh eine Geschichte nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs und, ja, erfindet da eigentlich eine Geschichte. Und dementsprechend finde ich es jetzt nicht wirklich schlimm, wenn da eher auf Gameplay geachtet wird und nicht so auf Realismus. Also, Gameplay geht immer über Realismus in meinen Augen. Ganz am Ende sieht man dann noch eine kleine Szene mit einer Minigun. Das ist, denke ich, eine Streak, die man eben kaufen kann hier in dem Modus. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich krass aus. Also, grafisch muss sich das Game nicht verstecken, würde ich jetzt mal behaupten. Und im Gameplay wurden da noch zwei andere Features gezeigt, die wir bekommen im Multiplayer. Die wurden aber nicht in First Person gezeigt, aber sie wurden gezeigt, das Anlehnen und der taktische Sprint. Vom Anlehnen bin ich nach wie vor nicht wirklich ein Fan, aber das wird auf jeden Fall mit dabei sein. Und ich hoffe da einfach, dass es eben irgendwie eine negative Sache daran gibt. Also, wenn man sich anlehnt und wirklich genau schießen kann und wenig Rückstoß hat, dann sollte irgendwas Negatives dabei sein. Und da finde ich eben gut, wenn das Anlehnen ein bisschen braucht oder das wieder Ablehnen. Und dass man da für eine kurze Zeit verbundbar ist und eben nicht so gut reagieren kann auf Gegner. Das wäre vielleicht ein ganz netter Ausgleich. Und dann gibt es natürlich den taktischen Sprint, gegen den ich jetzt nicht wirklich was habe. Den habe ich eigentlich ganz gerne gemocht in MW. Und da ist es ja schon so, dass es einen Nachteil gibt. Wenn man taktisch sprintet, dann ist man schnell unterwegs. Nach dem taktischen Sprint ist aber die Waffe ein bisschen langsamer bereit. Also, da ist dieser Nachteil bei der, ja, positiven Sache. Von daher finde ich das eigentlich gut ausgeglichen. Und irgendwas in die Richtung würde ich mir eben auch beim Anlehnen wünschen. Soviel zum Trailer. Schauen wir uns dann mal die ganzen Informationen an, die gegeben worden sind zum neuen Modus und so weiter. Und bevor wir da reinspringen, lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf dem Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank an alle, die abonnieren. Erstmal ist es so, dass der Multiplayer revealed wird am 7. September. Also der komplette Multiplayer. Und jetzt schon davor passiert ein bisschen was mit diesem speziellen Modus, der natürlich trotzdem auch Teil vom Multiplayer ist. Das läuft so ab wie bei MW, wo wir eben auch diese Gunfight Alpha hatten. Und dann erst später die Beta für den Multiplayer. Schauen wir uns mal die Informationen an und was uns da genau erwartet. Also es ist auf jeden Fall so, dass das eine Playstation-Exclusive-Alpha ist. Man braucht kein Playstation Plus, aber man braucht eine Playstation. Auf anderen Plattformen findet das leider nicht statt. Finde ich natürlich ultra schade. Ich bin ein PC-Spieler. Ich habe zwar eine Playstation 4 irgendwo im Regal, aber habe nicht so wirklich Lust, die rauszukramen. Auch weil ich mit dem Controller einfach nicht so gut bin. Aber mir ist sowas halt immer lieber, als dass alle DLCs, die uns erwarten und alle Seasons, die uns erwarten, irgendwie verschoben sind. Das war ja bei Black Ops 4 das letzte Mal der Fall. Da kam alles am PC und auf der Xbox eine Woche später raus. Auch der Battle Pass. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Also lieber jetzt in den sauren Apfel beißen und dann später eben nicht irgendwie diese Quale haben, wenn Playstation-Spiele alles schon spielen können und man selber irgendwie noch einige Tage warten muss. Die ganze Sache, die startet am 27. August. Also lange müssen wir da auch nicht mehr warten. Und zwar um 19 Uhr und läuft dann bis zum 29. August. Um 19 Uhr, also ein 48 Stunden Zeitfenster gibt es, um diesen neuen Modus, diesen Alpha-Modus zu testen. Der Preload, der startet auch heute um 12 Uhr. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist der Preload wahrscheinlich schon online. Und ihr könnt auf den Playstations den Modus runterladen. Aber was ist Champion of the Hill? Wie genau läuft das ab? Champion of the Hill lässt sich tatsächlich so ein bisschen als Mischung beschreiben. Aus Multiteam, aus Black Ops 2, aus 2 vs. 2 bzw. 3 vs. 3, aus MW und Black Ops Cold War und aus einem Battle Royale. Diese drei Modi irgendwie zusammen gemixt. Und es wird so sein, dass man in einem Zweier- oder Dreierteam spielt. Es wird acht Teams geben. Und man spielt erstmal am Anfang mit dem gleichen Loadout und auf der gleichen Map. Aber nicht alle gegeneinander gleichzeitig, sondern immer einzeln gegen ein Team. Also das ist der Unterschied zu Multiteam. Es ist nicht so, dass alle gleichzeitig auf einem Map rumrennen, sondern man kämpft in kleinen Map-Abschnitten ein Team gegen ein anderes Team. Und es wird so sein, dass es natürlich verschiedene Maps gibt bei Release. Jetzt vorgestellt wurde eine Map und die ist unterteilt in fünf Sektionen. Eine Sektion davon ist die Kauf-Sektion. Da kann man einfach Waffen kaufen, Rüstung kaufen, Killstreaks kaufen. Und dann gibt es noch vier Kampf-Arenen. Bei der Map, die jetzt im Trailer gezeigt wurde, heißen die Kampf-Arenen Airstrip, Trainyard, Market und Courtyard. Jedes Team hat dann eine bestimmte Anzahl von Leben. Und man springt eben immer in ein kleines Battle mit einem anderen Team und versucht diese Leben nach unten zu bringen. Und wenn man einen Gegner gekillt hat, kann man da hin, kann auch looten, bekommt da Geld. Das man eben dann ausgeben kann bei dieser Shop-Sektion für irgendwelche Streaks und für Rüstungen. Und nach 60 Sekunden, diese kleinen Matches da und immer 60 Sekunden, spielt man dann wieder gegen ein anderes Team und versucht da, diese ganzen Leben, die das Team hat, runterzubringen. Und am Ende gewinnt halt das Team, das eben noch ein Leben hat. Und man versucht eben, nicht das Team zu sein, das ausscheidet, weil es alle Leben verloren hat. Hört sich ganz cool an und hört sich wirklich sehr, sehr actionreich an. Da bin ich echt gespannt auf die Alpha. Ich werde mir die auf jeden Fall installieren auf der Playstation. Mal gucken, ob ich da irgendwas hinbekomme. Vielleicht springe ich mit ein paar Playstation-Kollegen irgendwie rein, nehme ich dann zu einem Windcarrying. Aber ja, hört sich ganz cool an. Der Trailer ist auch ganz schick. Wie ich aber schon meinte, ich habe mir auf jeden Fall rohes Gameplay gewünscht mit HOD und so weiter. Und da haben wir jetzt eben nichts bekommen. Zu Alpha haben wir dann außerdem noch ein paar Bilder bekommen. Da sieht man eben einfach die ganzen Operator, wie sie in der Arena stehen und wie sie irgendwie, ja, vor einem Kampagnenhintergrund stehen, würde ich sagen. Aber das sind auf jeden Fall die Figuren, die wir auch spielen werden können während der Kampagne. Und das werden natürlich auch Operator direkt beim Start von Vanguard. Eine Beta wird es auch geben zu Vanguard. Da dann natürlich mit dem normalen Multiplayer. Da sehen wir dann auch, wie die ganzen Maps aufgebaut sind. Bei Champion of the Hill sehen wir ja nur eine Map, die wirklich für diesen Modus gebaut wurde. Und keine normale Multiplayer-Map, die gibt es dann eben bei der Beta oder da gibt es welche bei der Beta. Und die Beta, die startet am 10. September und läuft bis zum 13. September für alle Playstation-Spieler mit einem Early-Access-Code. Also, wenn sie vorbestellt haben oder einen Beta-Code bekommen haben. Am 16. September bis zum 17. September ist die Beta dann open für die Playstation-Spieler. Da braucht man dann keinen Code mehr. Die Beta befindet sich dann aber im Early-Access für die Xbox- und für die PC-Spieler. Und am 18. September bis zum 20. September wird die Beta dann für alle offen sein. Da braucht man keine Vorbestellung mehr und da braucht man keinen Beta-Code mehr. Ich freue mich natürlich am meisten auf die Beta. Da kann ich das Game dann auch am PC zocken. Ich hoffe, das wird ein guter Multiplayer. Ich habe auf jeden Fall Lust, wieder ein bisschen mehr Multiplayer zu spielen. Und Cold War ist es einfach nicht für mich. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.